Hier haben wir zum Beispiel für euch jetzt richtig tolle Dumpingpreise gemacht, denn ihr wisst ja alle, das Geschäft wird bald aufgegeben. Ich schätze, das wird Ende Januar sein. Und da müssen wir natürlich, wie schnell es wie möglich, auch hier alles verkaufen. Also es wird ja dann komplett aufgelöst und ja, das ist immer so. Gut, dann fangen wir jetzt mal hier an. Hier haben wir ein ganz tolles, ein wunderschönen Pullover, der ist ein bisschen abgeschnitten. Der ist jetzt auch untergesetzt von 29 Euro auf 19,90 Euro, sowie auch dieser hier von Kiwi, auch nochmal untergesetzt von 29 Euro auf 19,90 Euro. Also wir haben jetzt hier diese ganzen Pullis oder auch so Pullis, jetzt auch die Sachen hier, haben wir jetzt alle auf 19,90 Euro runtergesetzt. Auch diese tollen Shirts, sind so ein bisschen Niki-Optik, deswegen ist es auch untergesetzt, passt auch eine super schöne Frau Hose drauf, sind jetzt auch auf 19,90 Euro drauf. Also alles, was jetzt hier hängt, die Farbe, sowie auch, nein, hier ist ein toller Rollenfragen-Kollegen, das gibt es auch auf 19,90 Euro, sowie auch dieser Klasse Blazer, der auch gefüttert ist. Der ist eine große MSL, das gibt es auch auf 19,90 Euro runtergesetzt und das für 39 Euro. Das ist klar, das gibt es auch für diese Übergangsröcke, die gibt es auch für 39,90 Euro. Also hier geht es mal nach Basen ein bisschen, dann haben wir auch für euch diesen Pullis untergesetzt von 29 und diese hier auch von 29 auf 19,90 Euro. Das ist dann auch hier, direkt auch weiter geht das, sowie auch hier das Shirt, genau untergesetzt, auch auf 19,90 Euro. Das ist auch eine gute Markenbarung und heftig, sowie auch nochmal diese Bluse, ist jetzt auch auf 19,90 Euro, sowie auch hier das schöne Tonika mit den Herzen drauf. Das ist auch eine Übergröße, ist auch auf 19,90 Euro, in der Linken noch ein Mickey Mausleaf, natürlich auch auf 19,90 Euro, und dieser tolle Mantel ist jetzt auch auf 19,90 Euro von 39 Euro. Also hier alles, was hier hängt, drüge ich jetzt nur mal so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen raus, hier auch die Bluse, ist auch 19,90 Euro, also wie gesagt, wenn ihr noch kein Geschenk habt, wir haben richtig tolle Auswahl noch für euch, da haben es Sportliches auch, ein bisschen elegante Sachen, alles ist auch 19,90 Euro reduziert. Dann haben wir auch diesen wunderschönen Pullover, auf 19,90 Euro, sowie auch dieses Shirt hier, auch auf 19,90 Euro. Also nochmal gesagt, die ganze Reihe, alles was ihr hier seht, ist alles auf 19,90 Euro präsentiert und diese Oberteile, die wir auch hier sehen, ist auch auf 19,90 Euro. Hinter dir, ist auch noch sehr schön, ist eine Übergangsjacke, könnt ihr auch früher sehr gut tragen, die wir tragen von MSXL, oder XXL, die ist jetzt auch auf 19,90 Euro reduziert und die war 59 Euro, also muss der Marsch nehmt ihr mit. Ja, dann haben wir auch schöne Kleider, schöne Partykleider, wie dieses hier, das ist auch so größer, ja, S bis M kann man da sehr gut tragen, finde ich glaube, ist auch jetzt reduziert von 59,90 Euro auf 19,90 Euro. Dieses Tunikafleid, wenn wir mal ein Gürtel drauf tragen, schöne Lecknis drauf, der sieht auch mal super aus, ist auch von 9,20 Euro auf 19,90 Euro. Und wer es etwas eben ganzer macht, braucht jetzt dieses kuschelige Kleid, auch von 39 auf 19,90 Euro. Das gibt es aber auch, wenn ich fässig sage, ich dachte, ich mache ihn mal besser schwarz, gibt es aber auch diese Kleider, gibt es dann auch nochmal in der Farbe. Das sieht stark aus. Und das für 1990, na, das sieht wirklich super toll aus, das Tunikafleid, das sieht eben groß aus. Das ist jetzt, ja. Das haben wir auch nochmal da, schwarz, und das ist auch 1990, also sieht echt klasse. Ja. Und dann nochmal diese Sachen hier, die sind jetzt auch aus 1990. Das ist auch nochmal so ein Strickkleid, einen schönen Gürtelbaum, bei Stiebeln sieht das echt super aus. Und die sind dann auch noch 1990. Also wie ihr seht, haben wir hier alles richtig toll reduziert und die Datenpreise für euch gemacht für 1990. Und was dann im Fenster ist, das soll ich dir dann auch nochmal sehen. Genau. Und wer noch mehr von Mode sehen will, der folgt am besten Walli auf Facebook bei Ullalamun2, da wird sie ganz viele Fotos noch machen. Ja, die kommen heute rein, die Fotos. Da könnt ihr euch dann richtig nochmal sehen, wie der es mit einer Hose aufsieht. Weil die Hosen, die liegen jetzt auch im Moment auf 24,50. Das haben wir auch ganz tolle Hosen. Aber jetzt holen wir erstmal die Rubrik 1990. Genau. Und im TikTok-Folk könnt ihr uns auch mal folgen, da wird jetzt auch immer mal wieder was kommen. Wahrscheinlich auch in der Mode. Momentan ist da andere Themen drin, aber könnt ihr uns auch gerne folgen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ja. Unser Kanal, weil ich habe gesehen, 98% haben nicht abonniert, dass ihr es schade findet. Könnt ihr uns gerne auch auf YouTube abonnieren. Damit würde uns wirklich Rieden gefallen tun. Ja, auf jeden Fall. Da wird uns eine riesige Freude machen. Ja. Besonders, weil wir machen uns auch sehr viel Mühe. Wir machen ja nicht Mühe. Wir sehen, wir sind ja wirklich wirklich hart im Arbeiten. Auf YouTube ist auch nicht gerade das leichteste. Eben. Wir kämpfen uns auch richtig durch. Richtig. Und mit dem Mal ein kleines Abo wäre mal ganz so verkehrt. Ist nur einfach mal abonnieren, drauf drücken, Glöckchen und dann ist es schon passiert. Genau. Also, das ist ganz leicht. Ja. Schau es euch einfach mal an. Es passiert euch auch nichts mit Datenschutz und so. Braucht ihr keine Angst zu haben. Also, ihr wisst nur, es ist riesig groß. Also, ihr wisst einfach mal abonnieren. Und YouTube und TikTok sind auch kostenlos. Ja. Braucht ihr keine Angst haben. Kommen keine Kosten auf euch zu oder so. Ja. Genau. Schaut es euch einfach mal an. Seid mal Neugier. Ihr dürft nicht überall rein. Dann dürft ihr auch mal da rein. Ja. Und wir würden uns auch riesig freuen, wenn wir von euch mein Abo bekämpfen. Genau. Vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk. Genau. Sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Genau. Genau. So. Jetzt bedank ich mich erstmal und sage mal, bis denn mal. Ciao. Teil, Like, Abonnieren. Nicht vergessen. Ciao. Ciao. Ciao.